Der seit Mitte Jänner nach einer Bergwanderung im US-Staat Kalifornien vermisste britische Schauspieler Julian Sands ist tot. Dies habe die Identifizierung der am Wochenende von Wanderern am Mount San Antonio gefundenen menschlichen Überreste ergeben, teilte die örtliche Polizei am Dienstag mit. Der durch seine Rolle im Zimmer mit Aussicht bekannt gewordene Sands war ein erfahrener Bergwanderer, in den 1990er Jahren überquerte er die Anden. Er wurde 65 Jahre alt. Der auch als Mount Baldy bekannte Mount San Antonio ist mit einer Höhe von 3069 Metern der höchste Gipfel des San Gabriel Gebirges und ein beliebtes Wanderziel nahe der kalifornischen Metropole Los Angeles. Schlechtes Wetter hatte Anfang des Jahres dazu geführt, dass dort schwierige Bedingungen herrschten. Der Bruder des Schauspielers sagte zwei Wochen nach Beginn der Suchmassnahmen, er habe akzeptiert, dass Sands nicht mehr lebend gefunden werde.